Gerne zeige ich dir, wie du dein Säulendiagramm erstellen kannst. Dazu habe ich hier Werte, zum Beispiel von Okkasionen von Autos und da den Preis dazu. Hier habe ich es horizontal und da habe ich es vertikal gemacht. Das heisst, ich markiere nun meine Werte, die ich darstellen möchte. Gehe dann auf Einfügen und wähle da dieses Säulendiagramm aus und schon erstellt es mir das Ganze schön als Säulendiagramm. Das gleiche funktioniert eben auch wenn ich so, das heisst in der vertikalen Darstelle auch da Einfügen Säulendiagramm wähle und ich kriege dasselbe. Hier habe ich euch etwas aufgelistet, was oft als Fehler auftritt. Da oben habe ich jetzt manuell mal eingegeben, Franken und da sind es einfach die Werte. Wenn ich jetzt das da auch versuche darzustellen, dann werdet ihr merken, dass es da irgendeinen Fehler gibt und zwar stellt es mir diese Beträge da, die ich manuell da eingegeben habe, als Diagrammtitel. Wieso ist das so? Excel kann nur Zahlen verwerten und keine Einheiten. Also ihr seht da, wenn ich da handklicke, da sind es Franken. Das funktioniert nicht. Was auch nicht funktioniert ist, wenn ich in der Zahl dieses Tausender Abstandszeichen gebe. Auch dann wird es mir nicht darstellen. Es wird nur darstellen, wenn ich es da, wie ich es hier habe, als Währung anwähle. Das wähle ich dann da an, richte Maustaste, Zellen, Formatieren, Währung. Sobald ich aber selber die Währung versuche einzustellen oder so ein Tausender Zeichen zu machen, dann stellt es mir das Ganze nicht dar. Musik